Ja, das ist schlecht. So wie war es, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir Gorilla Tag VR. Vielleicht kennt der eine oder andere das und hat mir das sogar unter den VR-Videos gesagt, dass wir Gorilla Tag VR spielen sollen. Und Leute, es ist unnormal lustig geworden. Schaut uns das Video bis zum Schluss an. Und ich hoffe, sagen wir ihnen rein. Let's go. Ich bin der Gorilla Tag. Und warte mal. Was? Nein. Hä? Nein. Ich habe nur drei Finger. Hä? Ich... André? Was geht, man? Bruder, was geht, man? Wir sind Gorilla geworden. Wo sind unsere Beine hin? Bruder. Leute. Warte mal. Was ist das Brax? Warte mal, bleib stehen. Bleib stehen. Ja, was denn? Da sieht es so anders aus, André. Die Frage, warum ich rot bin, kann ich euch beantworten. Wollt ihr es wissen? Sag jetzt. Wir sind von den Händen zu einem Adler. Oh mein Gott, er hat die Alvaner-Krankheit. André. Ah. Oh, jetzt hat der André. Nein, wir haben uns berührt. Ich bin nicht Alvaner. André ist schon Alvaner geworden, du dumm, komm. Ach so, bist du keiner der jetzt? Ich komme mir nicht weg zu den Kistamm in der Jackson. André ist stecken geblieben, Digga. Jürgen, das Spiel ist ehrenlosen. Das Spiel ist todeslos. Los, ey, ey, warte. Ah, meine Hand, Digga. Chill, ich habe voll gegen das Mikro gehauen, Digga. Ich habe irgendwas kaputt gehauen bei mir. Ich auch. Wo ist der Alvaner? Warte, wo ist André? André, da hinten. Nein, er kommt. Getrainert wie ein Panzer. Geh weg, Junge. Bitte. André, lass mich. Junge, du bist kein Gorilla. Du bist ein Schimpansen, du dummkopf. André, er muss nur uns berühren, dann kriegen wir die Krankheit, Bruder. Gott sei Dank. Alleine, du, weißt nicht, wie schwer das ist. Nein. Hinter dir, was auf. Er will uns berühren. Warte, André, ich fang ihn für dich. Oh mein Gott, er hat die Krankheit. Er hat die Krankheit. Digga. Jungs. Ich bin, ich bin ein Alba. Du dummkopf, du bist ein Albaner. Ist das dein Ernst, Digga? Hey, warte mal, ich bin auch Albaner. Geh mal weg. Lass mich in Ruhe. Wo bin ich jetzt, he? Ich seh dich. Du dummkopf. Komm doch. Komm doch, wenn du mich fahren kannst. Nein, du bist ja nicht fast. André. André, lauf, lauf. Nö, nö. Okay, jetzt guck ich ein Tschüssi. Geh doch, geh doch. Ich geh jetzt zu dem Baumhaus, ist mir egal, was ihr macht. Oh mein Gott. Ich leb mit der Krankheit jetzt. Okay, warte, ich versuch dich zu heilen. Komm her, wo bist du? Warte. Ich will da auch. Wenn du mir versprichst, nichts zu machen, heile ich dich. Okay, versprochen. Okay, okay, macht versprochen, Albanerzeichen. Die Hände zu einem Adler. Okay, ich vertraue dir. Guck mal, du nimmst diesen Finger, ne? Ja. Machst genau so. Okay. Junge, Junge, halt Abstand. Halt Abstand. Relax. Guck mal. Ey, ey. Komm nur zurück. Ey, kannst du das Spiel überhaupt, du dummkopf? Hier sind wir. Okay, wenn du mich fängst, kriegst du 1000 Euro. 1000 Euro? Ja. Andre, hast du das gehört? Bin dabei. Warum, Andre, gar nix? Wieso? Das war ein Adler. Hä? Hä? Lauf, Odoman. Was macht ihr da? Habt ihr das Spiel nicht verstanden? Hallo? Hier. Hier, okay, hier, Alter. Hier, da, bin ich, Junge. Hey, hier. Hier. Ich bin, ich bin, ich bin frei. 3.000 Euro. Ah, Praxis ist der wahre Albana jetzt. Weg hier, weg hier. Oh mein Gott, Leute, es ist unnormal gut. Ich mag jetzt die ganze Zeit irgendwas zu hauen in meinem Raum. Das Ding ist, ich auch, aber... Geh da hoch jetzt. Es ist todesschwer, Leute. Ich sag, ich... Geh weg, geh weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich krieg dich, Junge. Ausgetrickst. Ausgetrickst. Ich bin der Wester. Du bist so ein... Ah, ich hab meine Hand gek... Hilfe. Okay, Junge, ich pass... Ich schwöre, Hilfe. Jungs. Was ist mit dir? Ich hab meine Hand. Ah, Digger. Ah. Äh, du... Er lügt, du. Er hat echt gelogen. Hör auf nach oben, um zu gucken. Hier ist meine Hände. Weg mit dir. Ich hab dich verarschtet im Kopf. Guck mal, André, guck mal, der schwimmt da hinten einfach. Okay, okay, wir brauchen was Neues, Jungs. Kommt her. Teambesprechung. Okay. Teambesprechung. Pass auf. Wir machen jetzt. André, wo bist du? Sag ich nicht. Du bist, glaube ich, im Wasser, Digger. Guck mal, woher ist, Digger. Er ist einfach ein Wasser, er säuft da einfach. Okay, 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 chill. Wir machen die Besprechung. André, komm her. Komm her. Wir wissen, André, wir sind uns noch beide einig, dass Odoman ein Lutscher ist. Guck mal. Odoman, nichts gegen dich, nichts Persönliches. Ja, ich weiß. Aber. Okay. Aber. Kannst... Ey, mal zeigt mit den Fingern nicht auch andere Leute. Ist so, die Affenfinger. Bist du bescheuert? Er hat... Ey, Odoman, er hat nicht mal alle Latten am Zaun. Er hat echt nicht mal alle Latten am Zaun. Ey, André. Finger weg. Nimm deine Finger da weg. Nimm du deine Finger weg. Nimm deine Finger weg. Der schießt dich. Oh, er hat dich, André. Nimm deine Finger weg. Er hat dich, André. Nimm du deine Finger weg, Mann. Nimm deine Finger weg. Nimm deine Finger weg. Ey, Jungs. Wir spielen jetzt, Odoman, Monkey sagt. Okay, komm. Gorilla sagt. Okay, komm. Gorilla sagt. Rechte Hand nach oben. Gorilla sagt, linke Hand nach oben. Gorilla sagt, macht ein Depp. Gorilla sagt, Hände nach unten. Hände hoch. Gorilla sagt, Hände hoch. Runter. Er hat die. Er hat sie runter gemacht. Das war klappt, Digger. Ich habe die Sprecher an voll. Okay, Gorilla sagt. Hände, Zielposition. Fass mich nicht an, Mann. Gorilla sagt. Macht jetzt ein Dance. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, diesen Riss. Brax, Gibi. Brax, Gibi. Yeah, guck mal. Er feuert mich. Ja, guck mal, was machst du so dumm Kopf. Gorilla sagt, Brax ist es. Hä? Hey. André, lauf. Wenn ich dich in den Finger kriege, ne? Ich schwöre. Geh weg. Weißt du was? Ey, ich ertrink doch. Hä? Er trinkt doch. Warte mal. Was? Gorilla sagt. Fang. Was ist das? Ha? Meine Kalka. Meine Kalka. Meine Kalka. Warte kurz. Geh mal weg, Junge. Warte, wenn du ein Mann bist. André, was machst du da oben, Junge? Ich glaube, du bist nicht so dumm Kopf. Was machst du da? Du bist. Oh. Au. Oh, mein Kalka. Digga, dieses Spiel macht mich kaputt, Junge. Habe ich das Wasser gelacht? Ich bin Profi in dem Game. Junge, wartet mal kurz. Ich schwöre, ich habe das Gefühl, dieser Dummkopf ist wirklich ein Affe. Guck mal, wie der sich bewegt. Guck mal. Ich bin der Heftigste, Junge. Was machst du jetzt, hä? Er hat dich, du Dummkopf. Tschüss. Boah, das ist dein Ernst, André, hä? Junge, denkst du, ich bin kein Affe? Ich bin der Profi, Junge. Oh, mein Gott. Ich habe meinen Controller kaputt gemacht, glaube ich. Irgendwie, dieses Spielspiel ist safe nie wieder. Rex, yes. Warte, wir brauchen ein neues Spiel. Okay, eine Ziel. Wir spielen verstecken, wollte gerade sagen. Boah, wir spielen verstecken. Wir spielen verstecken. Okay, aber dafür müssen wir einen neuen Modus aus... Ja, ich wollte den Virus nicht haben. Also, du passt besser in diesen Virus. Ich sage... Ja. Rex, es sucht. Wir verstecken uns. Mark, halt den Sieg. Ich zähle bis 20. Eins, zwei, vier, sechs. Junge, erzähl leise, du Fettsack. Junge, ich bin dünner als du, du fettes Schwein. Okay, André, versteck dich. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ey, du weißt schon, dass ich dich von hier immer noch sehen kann, ne? Mach Augen zu. Junge, als ob ich reloge, du Dummkopf, Digga. Mach Augen zu. Okay, ich habe mich umgedreht. Okay, ich bin versteckt. Ich auch. Okay. Okay, Rex ist ein Abruf. Den ersten, den du findest, ist ein Lutscher. Okay, ich bin hier. Ich sehe Flügel. Flügel? Irgendwo hier in der Ecke. Wo ist der, Leute? Wo ist der? Ich habe Angst. Rex ist. Da ist einer. Ich habe dich. Bleib stehen. Ey, du bist ein Lutscher. War Zufall. Da wollte keiner sein. Ich wollte kein Lutscher sein. Denkst du, du kannst von mir abhauen? Ich bin Profi, Digga. Mach mal nicht. Junge, du bist fast bei den Eiern, du Dummkopf. Ey, Rex ist. Ich mache dir ein unschlagbares Angebot. Sag, hausen wie Bugs in Fortnite oder ich fange dich jetzt. Oder ich sage dir, wo André ist. Da ist er doch. Hä? Ey, du Dummkopf. Mein Finger. Ich habe alles geöffnet, was geht. Mein Finger. Ich habe... Ah! Oh mein Gott. Ah, du Hundebeidu. Habt ihr das gehört? Ja, das war sehr gut. Ah, Digga. Oh, das war sehr gut. Krankenwagen, Digga. Aua. Hey, ihr kleinen Dummkopf. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich bin der König der Gorilla. Ey, König der Gorilla, lass mal mit Scheiße werfen. Was? Ja, hier ist doch überall Scheiße und Zielscheiben. Komm mit. Das ist echt eine Zielscheibe. Wo ist die Scheiße? Wer trifft, wer trifft, kriegt 500 Euro. Hey, ganz kurz. Halt deine Schnauze da unten, okay? Ah, wer hat die Scheiße genommen? Ich komme. Ich will auch Scheiße nehmen. Ich komme jetzt. Ich habe... Oh, mein Gott. Jungs, Jungs, ich bin dabei. Guck, ich kann tricksen mit der Scheiße. Seid ihr bereit? Yes. Wartet mal kurz. Warte. Bruder. Das riecht nach Scheiße. Riechst du das? Ja, das riecht echt nach Kacke. André. Riecht die Scheiße. Das bin ich, die du riecht. Warte mal kurz. Achso. Oh, sorry. Achso, Digga, ich dachte, das wäre die Kacke. Hier. Drückst du wieder. Hier, nimm. Okay, und Ziel nimmt jetzt einen Scheißbollen mit. Hier nimmt jetzt einen mit. Und kommt mit zu der Zielscheibe Leiden. Okay. Jo, ich muss echt auffassen, wie ich werfe. Kommt her. Wir werfen von hier auf diese Zielscheibe, okay? Okay. Wer trifft, ist der König der Gorilla und darf entscheiden, was wir machen. Okay. Okay. Wer fängt an? Witz nicht. Bereit? Bereit. Bereit. Gänsehaut. Wohin hast du geworfen, Bruder? Ich weiß auch nicht. Zielscheibe war eigentlich da hinten. Aber du wirst das da. Ja, das mit Dings. Bullet Drop. Ihr müsst auch... Bullet Drop. Seid ihr bereit? Bereit. Warte mal, ich muss wirklich gucken, nicht, dass ich hier irgendwas... Ja. Junek, seid ihr... Habt ihr Knick in der Optik, Digga? Ja, dann mach du mal besser. Okay, ich mach das besser. Man zielt mit der einen Hand. Mit dieser Hand zielst du. Hast du verstanden? Junge, schmeiß einfach. Du wirst so hart daneben werfen, wie noch nie in deinem Leben. Oha. Ja, war scheiße. War scheiße, Junge. Das war richtig scheiße. Äh, was? André und ich... Das war fast... André und ich waren näher dran fertig. Was laberst du? Das war wie... Das war da hinten. Junge, ich rede nicht mehr mit dir. Okay, komm. Ihr kleinen Pisser, Digga. Ich bin scheiße Weltmeister. Habt ihr mich verstanden? Ich bin Gorilla-Tag-Weltmeister. Gib mir die ganzen Bottich. In Scheiße werfen. Habt ihr eure Scheiße? Ja, ich hab auch meine Scheiße. Wer schwimmt da, Bruder? Ey, ist schön im Wasser zu schwimmen? Ich musste die Scheiße abwischen. Oh, fuck. Ich bin schon ein Rechtshänder. Ja, dann nimm doch mit der anderen Hand einfach. Wie geht das? Weiß nicht. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Okay, André. Genau wie wir es geübt haben. Du zielst mit der einen Hand und wirst mit der anderen genau dahin, wo du zielst. Hör auf, ey. Der Stinkefinger ist... Das ist gemein. Hör auf zu popeln. Ey, hör mal auf zu popeln. Ey, ich hab nicht gepuppelt. Du bist ein Gorilla, ich weiß. Aber hör auf zu popeln. Muck dich. Jungs, guck mal genau hier. Guck mal. Dreh dich mal um. Okay. Seht ihr diese Kacke hier? Ich seh deine Kacke. Okay, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Denkefinger, Kacke. Seht ihr den Finger jetzt? Jetzt ist der weg. Sieht wild aus. Ich bin dran. Ja, geh doch rein in das Ziel. Ich muss mich repositionieren. Seid ihr bereit? Ja. Let's go! Okay, seid ihr bereit? Ich hab getroffen, ihr seid Noobs. Warte, ich bin noch. Warte, Max hat noch was. Zeig, zeig. Oh Mann, na. Ja, Digga. Mein Joystick ist weg. Gönnen sie aus. Ich hab meinen Joystick geworfen. Wo ist der? Ich hab meinen Joystick weggeworfen. Ja, dein Joystick weggeworfen. Ich schwöre, mein Joystick ist irgendwo in die Gardine rein. Du bist so ein Dummkopf, Digga. Junge, diese VR hat mich auseinandergenommen heute. Du bist so ein Fettsack. Wo ist mein Joystick? Hey Leute, ich sag euch ehrlich, Gorillatec ist das geilste Spiel, das es gibt, Digga. Ich schwöre, ich schwöre. Hier ist mein Joystick. Auf jeden Fall nicht, mein Finger tut ohne mal weh. Meine auch. Ich sag dir ehrlich, aber ey, ich sag dir noch eins, André. Ich sag dir noch zwei. Geh, hör auf, Scheiße. Ah, fuck, mein Finger. Digga. Geh mal weg, Digga, du Gorilla, Digga. Du denkst auch, du kriegst mich, ne? Ey, ich will einen Rapsong machen. Okay. Ich will einen Rapsong machen, komm zu mir. Okay. Wir haben jetzt Konzert, Bruder. Warte, break this. Komm zu uns, du musst auf die Grutsche. Da ist die Bühne. Komm, wir machen ein Herz. Okay. Oh. Was macht der da? Ich glaub, er will einen Rapsong machen oder so. Seid ihr bereit? Oh no. Wir sind bereit. Los, hau raus. Hände in die hoch. Da oben. Ja, hier. Hände in die da oben. Es waren drei Affen, die bringen euch zum Lachen. Ich bin rot, er ist grün, er ist schwarz. Und wir haben alle sehr viel Spaß. Ich bin Albana, du bist du. Er ist er und wir sind wir. Wir spielen nachts um halb vier. Affen-Monkey-Style. Mexikan-Style. Ich bin schwu. André. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Hey, dein Rapsong war cool. Kann ich ein Autogramm haben? Ja, komm her. Nein. Ehrenlos. Ehrenlos. Ey, Jungs. Ah, mein Finger. Ey, Junge. Wann hat sich so auf der Kette? Warte, warte, bleibst du hin? Ja. Kili, 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 kili. Halt auf. Kili, kili, kili. Halt auf. Halt mal dein Maul jetzt. Guck mal, hast du gerade gesehen, er macht Blue Walk. Oh, André-Maschine. Jungs, kommt, ich erzähle euch eine Geschichte am Lagerfeuer. Setzt euch hin. Setzt euch. Einmal setzen. Es ist heiß. Oh, fast. Natürlich ist es heiß. André. Wie ich jetzt. Also, hör zu. André, geh mal bitte auf die Seite. André, geh mal auf die Seite. Einmal ein, einmal ein. Kannst du dich bitte einfach dahin sehen? Kannst du dich bitte einfach... Was wollt ihr her? Kringos, was wollt ihr her? Okay, lasst mich meine Geschichte erzählen. Gib bitte hierhin, André. Ich will dich da auf meiner rechten. Ihr müsst euch auf den Stein sitzen. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Da wünsche ich mir den Corona herbei. Den André herbei. Okay, Jungs, es war einmal drei Gorilla. Einer war so komische Farbe. Einer war schwarz und einer war albanische Farbe. Und sie waren in einem... Die Geschichte bis jetzt gefällt mir. Hör zu. Sie war in einem Ort. Da gab es Kacke und Bäume. Weite, weite Bäume. Doch eines Tages hat ein Gorilla ein Infekt mitgebracht. Ein wahres... Ich bin nicht am Handy. Er erzählt gerade eine Geschichte. Bruder, passt doch... Bring dein Handy weg. Nein, mein Elbogen gebrochen, glaube ich. Arme Na. Und dann war der eine, der hatte ein Virus, Bro. Ja. Virus, oha. Und er sieht aus wie André. Ne, er sieht eher aus wie du gerade. Ja, du bist der Virus, Mann. Ich habe bessere Geschichte, ich habe bessere Geschichte. Komm her, komm her. Ja, erzähl deine Geschichte. André, bring mal Kacke mit. Warte, ich bring auch mit. Hallo, wir brauchen einen Snack zu der Geschichte von Brexit. Es war einmal, vor langer Zeit, ein gelber Schwamm. Die Kinder nannten Spon... Junge, ich erzähl gerade eine Geschichte mit Echo und so und ihr ist scheiße. Ja, wir hören und essen scheiße. Ist lecker, probier mal André. Probier, komm mit deinem Mund. Egal, ich erzähl weiter. Lalalala. Erzähl, die Kacke ist lecker. Erzähl weiter jetzt. Eines Tages... Oh, du meinst, ein Lutscher. True. Geschichte zu Ende. Was willst du jetzt machen? Geh mal weg vom Feuer, ich röste gerade meine Scheiße. Boah, es funktioniert sogar. Probier mal. Sag mal, wie war es, Schwello? So, nur... Riech mal, riech mal in den Finger. Ja? Nach was riecht das? Meine Kaka. Richtig. Freunde, wir sind über 25 Jahre alt und spielen... Hä, ich bin 18, du scheiß Lügner. Hä, ich bin unter 51. Guck mal, André hat Angst, seine Hand kaputt zu machen. Ich habe übel Angst, ich sitze schon, weil ich dachte, ich habe mir Ellbogen gebrochen, Dinger. Er läuft so. Ja, du lernst es. Ja, du lernst es, fein. Oha. Er sagt, damit du bist einfach... Brexit, unser Sohn, unser Sohn! Lauf! Lauf! Lauf, Boris! Lauf! Er chillt da hinten, unter der Treppe, wie Harry Potter. Er ist weg. Nein, wir haben uns nicht gefreut. Wir haben uns nicht gefreut. Gott sei Dank bist du wieder da. Ich muss so kümmern. Wie das aussieht. Bitte, 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 bitte. Nein, ich drehe mich im Kreis. André, bitte verfolgt mich nicht. Bitte, ich habe Albträume vor dem Virus, was du hast. Ja, ich habe das gar nicht. Wer hat das dann? Das ist Texas. Oh. Äh, bitte fass mich nicht an, okay? Das ist an... Ja. Ich glaube, ich habe dich angefasst. Aber wir können darüber reden. Du bist ein wunderschöner roter Affe. Und das kann auch so bleiben. Wenn du mich anfasst, haben wir ein Problem. Wir spielen jetzt ein Spiel. Schnick, schnack, schnock. Schatz hier erstmal eine, Junge. Sag mal, reise. Schnick, schnack, schnock. Reise. Okay, bin dabei. Okay, André, ich gegen dich. Rex will nicht zuhören. Komm her. Bist du bereit? Schere. Stein. Papier. Ich habe Loch. Loch. Alles geht rein. Ich habe Schere. Nein. Nein, schneid dein Loch. Und dann... Hä? Du bist so ein Dreckiger. Du bist so ein Dreckiger. Jungs. Only Up Challenge. Warte, ich habe noch nicht gezählt. Wieder runter. Oh, egal. Meine Aufnahme, meine Regel. Junge. Aua, aua, aua. Wo seid ihr? Wir sind oben. Hä? Aua. Wuh. Ich glaube, ich habe gewonnen, du dumm Kopf. Ich glaube, du hast echt gewonnen. Okay. Wie habe ich das so schnell geschafft? Das war mein Ziel, Rexis. Jetzt wollen wir beide runter. Du bleibst auf deiner Seite. Nein. Ich bring mich jetzt um. Warum? Achso. Ja gut, dann bringst du dich also. Es ist nichts passiert. Alles gut. Leute. Leute. Ich brauche Scheiße. Guckt mal. Aua, aua, aua. Ticker. Ich höre nur noch. Pam, pam, pam. Wo ist dieses Schmetterling? Junge, das ist meine Chefs hier. Okay, Jungs. Das war schön mit euch. Ey, ich will Endcut machen. Okay, mach. Peace, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt ein leichter. Abonniert den Kanal, damit ihr uns dummen Affen noch mehr seht. Und checkt gerne diese Videos hier irgendwo ab. Büh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.